4. April sind jetzt hier am Start. Florian Fröding, der GDK 1, der geht relativ zügig an. Dann auch ganz offensichtlich ein Arsch. Beide sind die roten Trikots. Und Jungs von den Rädern, der GDK 1, jetzt erst einmal in Führung. Wir kommen als erstes auf die Zielgeraden, auf der Bahn bei Florian Fröding. Er wird uns hier, wir werden uns hier noch eine Zeit für ihn auf 35.6 Sekunden.